Was ist denn das Besondere an Jugend debattiert? An Jugend debattiert ist das Besondere, dass sich junge Menschen erproben im Austausch über aktuelle Themen. Sie müssen ihre Argumente vortragen, sie müssen das, was das Gegenüber sagt, vielleicht vorhersehen, um nochmal dagegenhalten zu können. Also der offene, faire Streit um die bessere Überzeugung und das ist Teil guter Schulkultur und da kommen Politikunterricht, Deutschunterricht und manches andere kommt da zusammen. Also eine gute Sache. Warum ist es allen Ländern wichtig, dass Jugendliche schon in der Schule das debattieren lernen? Es ist ganz wichtig, dass junge Menschen für ihre Überzeugung eintreten, sich aber auch mit der Überzeugung anderer auseinandersetzen. Das ist das Wesen unserer Demokratie und das sollen Kinder und Jugendliche natürlich in der Schule lernen von Anfang an und deswegen ist Jugend debattiert eine gute Möglichkeit, sich daran auch zu messen und in solchen Wettbewerben mitzumachen und sich zu erproben. Worüber würden Sie denn gerne mal mit Jugendlichen debattieren? Da gibt es jede Menge Themen. Vielleicht passt im Moment besonders, wir haben ein Erinnerungsjahr, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Fall der Mauer. Das ist für viele Jugendliche natürlich Geschichte, aber was wollen Jugendliche für Formen haben, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen? Was ist da angemessen, was ist da sinnvoll? Das fände ich spannend mit jungen Leuten herauszufinden. Dankeschön. 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 Vielen Dank.